Musik Heute stellen wir Ihnen eine Studie vor, die gerade aktuell auf dem Jahreskommus der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in München präsentiert wurde und zeitgleich im New England Journal veröffentlicht wurde, dänische Arbeitsgruppe um Iwasin. Es geht hier um die partielle oral-antibiotische Therapie bei Patienten mit Endokarditis. Die Endokarditis, eine akute lebensgefährliche Infektion der Herzklappen, wird normalerweise bis zu sechs Wochen mit intravenösen Antibiotika behandelt. Wenn Bakterien eine oder mehrere Herzklappen infizieren, kann es innerhalb weniger Tage zum Tode kommen. Die Kliniksterblichkeit kann auch heute noch zwischen 15 und 45 Prozent betragen. Die Patienten werden deshalb zunächst auf einer Intensivstation intravenös mit mehreren Antibiotika behandelt, deren Auswahl sich nach dem nachgewiesenen Erreger und den Ergebnissen eines Antibiogramms richtet. Eine orale Therapie wird bisher vermieden, da eine verminderte intestinale Resorption oder eine rasche Metabolisierung in der Leber rasch zu suboptimalen Wirkstoffkonzentrationen führen können. Für die Patienten bedeutet dies in der Regel einen vier- bis sechswöchigen Krankenhausaufenthalt. Die Notwendigkeit eines intravenösen Zugangs wirkt allerdings die Gefahr nosokomialer Infektionen. In der dänischen POET-Studie Partial Oral Treatment of Endocarditis wurde deshalb untersucht, ob ein frühstätiger Wechsel auf orale Antibiotika und eine ambulante Fortsetzung der Therapie sicher durchführbar sind. Die Patienten größer gleich 18 Jahre mussten nach einer wenigsten 10-tägigen Antibiotikatherapie seit mindestens zwei Tagen abfibrill sein, Temperatur unter 38 Grad Celsius und das C-reaktive Protein musste auf weniger als 25% des Spitzenwertes gefallen sein. Patienten nach klappenchirurgischem Eingriff wenigstens sieben Tage nach dem Eingriff fieberfrei. Die Leukozytenzahl dürfte nicht mehr als 15.000 Myliter betragen. TTE zeigte keine Abszessformation Patienten klinisch stabil. Zugelassen waren zudem nur Patienten mit einer Endocarditis im linken Herzen, Orten und oder Mitralkappe. Die mit einer der vier folgenden Bakterien infiziert waren. Es konnten auch Patienten nach mechanischem oder prothetischem Klappenersatz eingeschlossen werden. Folgende Bakterien. Staptococken, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Coagulase, negative Staphylococcus aureus. Patienten mit Verdauungsstörungen oder Krankheiten, die die intestinale Resorption der Antibiotika vermindern könnten, waren von der Teilnahme an der Studie ausgeschlossen. Die Randomisierung erfolgte 1 zu 1 in Fortführung intravenöse Antibiose und Wechsel auf orale Antibiose. Nach Randomisierung musste die verordnete Antibiotikatherapie für mindestens 10 Tage weiter verabreicht werden. Patienten der IVAB-Gruppe blieben im Krankenhaus. Patienten der oralen AB-Gruppe wurden ambulant behandelt und zwei bis dreimal pro Woche re-evaluiert. Primärer Endpunkt, Kombination, Sterblichkeit, alle Ursachen, ungeplanter herzchirurgischer Eingriff, embolische Ereignisse, erneute Bakteriemie mit dem primären Pathogen bis sechs Monate nach Randomisierung. Hier die Ergebnisse. Von 1954 Patienten, die über einen Zeitraum von sechs Jahren in acht dänischen Zentren behandelt wurden, wurden 400 für die Studie zugelassen. Die Antibiotikatherapie wurde in der intravenös-behandelten Gruppe im Durchschnitt noch 19 Tage und in der oral-behandelten Gruppe noch 17 Tage fortgesetzt. Im Supplement des New England Journals finden Sie auch für die einzelnen Bakterienarten die vorgesehene orale Therapie und Zusammensetzung der Kombinationstherapie. In der intravenös-behandelten Gruppe verbrachten die Patienten im Durchschnitt noch 19 Tage in der Klinik. In der oral-behandelten Gruppe wurden sie im Durchschnitt nach drei Tagen aus der Klinik entlassen. Zwischen der Randomisierung und einer Nachuntersuchung sechs Monate nach dem Ende der Antibiotika-Behandlung kam es in der intravenös-behandelten Gruppe zu 13 Todesfällen gegenüber nur 7 Todesfällen in der oral-behandelten Gruppe. In beiden Gruppen wurde bei jeweils sechs weiteren Patienten eine ungeplante Herzoperation erforderlich, jeweils drei Patienten erlitten ein embolisches Ereignis und bei jeweils fünf Patienten kam es zu einem Rezidiv mit dem gleichen Erreger. Hier der primäre Endkombination Sterblichkeit, alle Ursachen ungeplant, der Herzchirurgische Eingriff, embolische Ereignisse, erneute Bakterie mit dem primären Pathogen bis sechs Monate nach Randomisierung. 12,1 Prozent in der IVAB-Gruppe und 9 Prozent in der oralen Antibiotika-Gruppe, das entspricht einer Horstratie von 0,72 mit einem Konfidenzintervall von 0,37 bis 1,36 und mit nicht signifikant. Die Zwischengruppendifferenz betrug 3,1 Prozent mit einem Konfidenzintervall von minus 3,4 bis 9,6 Prozent, somit unter 10 Prozent. Somit konnte statistisch der Nachweis der Nichtunterlegenheit der oralen Antibiose im Vergleich zur interminösen Antibiose nachgewiesen werden. Hier nochmal die Kaplan-Meyer-Kurve des primären Endpunktes. Hier sieht man ganz eindeutig, dass scheinbar sogar weniger Ereignisse in der oralen Behandlung auftraten. Das lag ja vor allen Dingen an den Todesfällen. Hier sehen wir das nochmal. Die Komponenten des primären Endpunkts, Gesamtsterblichkeit 6,5 Prozent versus 3,5 Prozent, ungeplanter chirurgischer Eingriff 6,6, embolische Ereignis 3,3 und Relapse der positiven Blutkultur mit dem gleichen Pathogen 2,5, 2,5. Auch die Subgruppenanalyse zeigt keine einzelne Subgruppe, die nachweist, dass die interminöse Behandlung besser sei. Das war Altersgruppen, Geschlecht, Diabetes ja nein, Nierenerkrankung ja nein, dann die einzelnen Pathogene aufgelistet, chirurgische Behandlung ja nein, Art der befallenen Klappe, prosthetische Herzklappe, native Herzklappe und Ortenklappe versus Mitralklappe. Zusammenfassend kann man festhalten, bei stabilen Patienten mit Endokarditis im linken Herzen durch Streptokokken, Endokokos fekalis, Staphylococcus aureus, Coagulase, negative Staphylococken ist ein Wechsel der IV-Antibiose auf eine orale Antibiose, einer fortgesetzten intravenösen Antibiose nicht unterlegen. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im New England Channel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017